So Ich bin jetzt gerade ein bisschen still Entschuldigung, ich war jetzt gerade überlegen, wie kann jetzt weiter fungieren hier Was ist das hier für ein Weg? Wieder ein neuer Weg, wie ich sehe Wo führt er mich denn hin? Wieso glaube ich ist es genau das, wo ich gerade herkam Ja Hier kam ich hier Ach, fahr doch wieder runter, Mädel Aber ist gut, da kann ich später raus, wenn ich hier fertig bin Dann kann ich mich da hochgehen Dann weiß ich ja, wo mein nächster Weg ja sein wird Das wird dann hier Richtung Norfair sein Oder Ridley sein wird Ridley, 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 Ridley So, jetzt mal kurz gucken Irgendwo Ist etwas ekelhaftes, das weiß ich Aber erstmal will ich mal gucken, dass ich hier irgendwie wieder zurückkomme hier Hier habe ich das Gefühl, ich bin hier total falsch Hat zwar jetzt sehr viel Zeit verloren jetzt und so, aber Verschwamm drüber Ich will jetzt erstmal hier Das Spiel durchmachen einfach Und gucken, dass ich so viele items kriege, wie ich Kriegen kann Ich weiß jetzt nicht, ob ich alle gefunden habe Vielleicht werde ich hier vielleicht ein paar übersehen Vielleicht kriege ich ja doch alle Wieder so ein bisschen leicht mit meiner Erinnerungsfilme da noch Da am Spielen Ob ich noch genau alles in den Kopf habe Das kann ich euch nicht verraten Bei manchen Punkten kommt mir so ein kleines Ah, und bei manchen kommt da nur manchmal Oh Du gemeines Eckehaftes Ich schau wieder Ja genau, auch noch hier Drecksvieh Ohne Flax Hier raus Ups Warte mal Da ist kein Weg Ich glaube, ich muss hier wieder raus Ich bin ganz falsch I have the feeling Ich bin too early hier Ich komme mir mal so leicht in den Gedanken Du bist ein ekelhaftes Hässliches Vieh Ich düse jetzt einfach mal hier rein Ist das überhaupt richtig, was ich hier mache? Warte mal, geht es überhaupt hier einen weiteren Weg hier raus? Mal hier lang gehen Hm Ich schau mal ganz kurz auf die Karte Das macht alles nicht leicht, ey Ich bin echt wieder ein bisschen leicht Wütend Und auch gleichzeitig wieder ein bisschen konfuset hier Wo ich wieder lang muss Warum komme ich noch nicht rein? Vermutlich, weil hier bestimmt noch der Boss irgendwo ist Den muss ich bestimmt auslöschen Oder muss ich alle kaputt schießen? Das mache ich jetzt auch mal Ich puste jetzt erstmal alles hier weg Weil mir im Weg ist Warum lasse ich die Rakete da liegen? Bin ich halt total wegkiert Oder ist Weg nach draußen? Den nehme ich jetzt nicht Warum bist du noch am Leben? Ich habe dich eigentlich Mitgerechnet, dass ich dich mit der Power Weg gepustet habe Oh, ihr verdammten Kleine Drecksbrut So, jetzt stirbst du Warte mal, was öffnet sich durch die Türen Wenn man Alle Gegner hier wegpustet So Die sind auch noch da Ah, komm schon, Samus Jetzt machen wir bitte einen vernünftigen Wandschwung Ja, offensichtlich nicht Ah, sehr unnützter Weg hier gerade Macht das auch nicht einfach Soll ich vielleicht doch mal nach links gehen? Eventuell Ich glaube, das ist der einzige Weg, den mir jetzt nur einfällt Ja, muss ich da wohl auf den sauren Apfel beißen? Ah, ich könnte manchmal auf Hass erfüllt hier rumbrüllen Ah Bin, glaube ich, wirklich noch zu früh hier Und ich hampel natürlich auf den letzten Idiot herum Wieder rein Zurück Wow Freude Ha, ha, ha Ja, hässlicher Metroid, ey Boah, stirb Danke, dass du für mich die kleine Etappe bist Du verdammtes Boah Samus Jetzt hätte ich am liebsten die Screw-Attack, ey Dann reiß ich euch in Stücke hier Egal, da komm ich so ran Da komm ich so raus So raus Oh, was ist das denn? Hä? Ach, ist das so eine Art Hilfe hier? Dass ich hier wieder raus kann locker? Was ist denn sonst? Ja, okay, gut Okay Nicht schlecht Das ist schlecht Boah, geh Sterben Hier gefällt mir auch nicht so richtig Das Gefühl Naja, hätte sein können Aber ich glaube, hier ist doch Hier ist ekelhaft Hm Moment mal Aua Aha Was haben wir denn hier? Interesting Okay, jetzt will andere Musik ich höre Ich will mal kurz checken, was hier ist Ah, ich seh's schon Ich komm wieder an Ne, 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 ne Ich weiß, wo ich bin Raus hier wieder Will ich gar nicht erst gucken Ja, ist genau da Ja Ne, danke Und durch da verzichte ich gerne wieder noch Wieder größeren Umweg zu machen, ey So, jetzt noch mal zu dir, mein Süßer Was hast du denn zu verbergen, hier? Aha Finally An der Map Da ist der Hässliche Da ist mein Appetithäppchen, da muss ich hin Also mehrere Wege Speicherpunktsau Noch was? Okay Ein paar Orte, die ich noch nicht gefunden habe Auf jeden Fall Ah, da geht's auch noch hoch Interessant Alles klar Gehen wir mal weiter auf Entdeckungstour hier Dann wollen wir mal weiter No Jetzt wollte er mir noch nicht sagen Ich muss jetzt den ganzen Weg wieder Ja, ich Ich bin auch Okay, ich geh ja schon Geh ja wieder dem Ach, leckt mich doch Wollte mich nicht haben Geh ja schon Puh Bin es beleidigt Werf mich mit Insekten Die E-Kraften Viecher Na, hier bin ich jetzt gelandet Boah, ey Den ganzen Umweg wieder hier Ist das eine Freude hier wieder Komm, halt die Klappe So Gucken, wo es hier lang geht Zack Ach, ich glaub, das ist da, wo ich herkam Genau Geh einfach hier rein Geh einfach da rein Auf Spielchen zu spielen Geh einfach da rein Obwohl, auch wieder doof, ne Das sind ja die Ach ja, das sind die Eierpfeifen da Oh Gott Ist das ekelhaft gerade Warte mal Moment Kann ich da Kann ich da oben Wo hoch Hier ist ein Weg, glaub ich Moment Hier muss ein Weg sein Oder auch nicht Oh, ist zum Kotzen hier gerade wieder Hier Total aus dem Weg gekommen Hier Uhu Kann der die jetzt erstmal ein bisschen hier Einfach so, weil ich es kann Ah, total aus dem Weg gekommen Ah, super Jetzt komm ich auch nicht mehr zurück Doch, komm ich Oh Gott Ich hätte lieber Pause machen sollen Und zwar für den ganzen Tag dann Nein, ich musste natürlich jetzt auf die Idee kommen Alles wieder komplett mal durchzumachen hier Machen wir wieder Einen langen Let's Play Abend Falls wir so lustig sind Bis wir total blöd in der Birne sind Weil wir langsam müde werden Und einfach nur um mich spauen Ich hätte Zelda weiter aufnehmen sollen Nein Das muss Super Metroid sein Oh, genug gemeckert Kotzt mich dann an Das ist gerade den ganzen Weg jetzt zu rennen, ey Päh Na egal, das wird ja schnell gehen Ich weiß den Weg ja einigermaßen wieder Da muss ich ja Nicht viel rennen Könnte mir ein bisschen hilfreich sein Wenn ich mich nicht jetzt so Doof anstelle, heißt das auch Samos, bitte Danke So, die Kraft Drecksicher Total ignorieren Und einfach durch hier Durch den Saal Ja, warte mal Das brauche ich an Warte mal Hui Boah 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 Ach, vergiss jetzt, ey Weißt du was? Du gehst mal um Keks Hau ab da jetzt So Warte mal Bin ich jetzt Warum kommst du jetzt nicht mehr da hoch? Ah Hä? Was ist denn jetzt kaputt hier? Ist das nicht hier die Etage mit den ganzen Gravel Beans an der Decke? Wer ist das doch? Toll, ich erwische natürlich direkt die Blöcke natürlich die Wow Die natürlich keiner braucht Ah Ja genau, weiter runter Was ist denn jetzt hier kaputt? Warum, warum sind die jetzt auch immer so hoch? Ich bin doch gerade so locker hochgekommen Hä? Ach, war ich Ja Ich verstehe War auch ein bisschen weiter weg Ah, du kannst mich doch mal echt Bring mich nach oben, du hässlichen Weißt du, dass du das kannst? Ja, ich weiß warum Ich mich jetzt so irritiert fühle, weil ich Oh Gott Ich baue wirklich mal wieder Mist hier Mama Mia Oh ja, alle Tage sind kacke Misch Mach gleich echt mal kurz Ey, ich mach gleich Feierabend Ey, ich hab glaub ich hab keinen Bock Ey, ich baue jetzt nur Scheiße hier gerade Mach ich jetzt auch Ey, nächstes Speicherpunkt anvisieren Dann wird beendet für heute Ich kann nicht mehr Ich baue noch wieder Mist Ich baue echt nur Mist Konzentration ist gerade total hinter Oh, schnell, 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 schnell Nein, mein Gott, du dumme Boah, leck mich am Arsch